hallo meine lieben da bin ich wieder euer kalle von eigentlich spencer tv aber heute ist das wohl eher hallo spencer der film ja als erstes muss ich erst mal jan bümmelmann danken dass er dieses projekt auf schiene gesetzt hat und überhaupt zustande gebracht und geschrieben und überhaupt ja ein bisschen hier und da war ich auch dabei aber egal jetzt geht es erst mal darum eure nachfragen also ist es sonnenklar das sind die original fernsehfiguren ja ein paar davon müssen natürlich ein bisschen renoviert werden die sahen schon ziemlich angegrabbelt aus aber sie sind die figuren aus der serie das ist das eine das zweite darüber hinausgehend ist ja es hat wir vielleicht dem mitnehmen könnt was ich hier erzähle es hat natürlich verabredungen darüber gegeben dass man dies machen kann also wenn ich darüber nichts vorher gesagt habe dann liegt das schlicht und ergreifend daran weil das haben die vertraglichen verbindungen oder wie man das nennen will er hat der chef gesagt ebenso gewollt ja das ist natürlich schon ganz wichtig zu wissen und ich hoffe damit habe ich die meisten eurer fragen eben entsprechend beantwortet und wenn da nicht immer irgendwie ein copyright vermerk steht und so naja das kann passieren ja und allerdings hat mir mein chef erzählt er ist heute morgen fast im bett gefallen als sein sohn und 36 da stand und gesagt hat du papa hast schon gesehen da gibt es einen trailer also bis jetzt war ja da eben in dem zusammenhang alles zurückgehalten worden und nur eben fotoinformationen und so aber jetzt gibt es das eben und das sieht doch toll aus oder ja also jedenfalls das macht appetit auf mehr leute das war's für den moment maske und schurt oder wie das heißt los geht's ach ich hab noch was vergessen all dem hin und her der henning der henning plückebaum der sonst wird mir manchmal auch mit seiner figur sachen hier auf diesem kanal zusammen macht ja der der hat bei diesem film auch die ganze zeit puppenbetreuung gemacht ja und hier und da auch mal ein figürchen bzw die hände entsprechend gespielt gut also das war's für den moment euer kalle von hallo sprenzertv nein sprenzertv natürlich aber hallo sprenzertv der film ich bin so gespannt ich hab den nämlich noch nicht ganz gesehen ich bin so gespannt sagt der chef ich bin so gespannt wie der ganze film nachher sein wird nachdem schon diese dieses appetit häppchen so ratten scharf aussieht